...Leben vorbereitet hat. Also leider. Meine Frage an euch in die Runde. Wer hat das Gefühl, dass Schullein aufs echte Leben vorbereitet hat? Mal klatschen bitte. Und es ist richtig traurig, weil wenn selbst die Lehrer nicht klatschen, dann haben wir Probleme. Wenn die selbst die Lehrer nicht glauben, dass Schullein aufs echte Leben vorbereitet, haben wir, glaube ich, ein Problem im System, oder? Einer, der meinen Gedanken wertschätzt, das sollte so bei der Comedy Show sein. Darf ich fragen, wie du heißt? Bernhard? Bist auch Lehrer? Ja. Ah, sehr gut, Bernhard. Komisch, den Lehrer beim Vornamen anzusprechen, oder? Bernhard? Ja, das machen wir immer. Echt? Wirklich? Natürlich für eine coole Klasse. Aber Bernhard, wie heißen Sie mit Nachnamen? Der Stranski. Der Stranski. Oh, da ist aber sofort zum Dreier. Was seid ihr quasi für ein Schultyp? Privat. Privat. Ey, das ist ja nicht abgehoben. Ja, ja, nicht privat. Das erzähl ich dir nicht. Achso, sorry, Privatschule. Ich bin gerade privat, hab dir eine Schnauze, mach weiter, Alter. Das ist eine Privatsache.